er hat sich nun gerade ein bisschen der höchste es gibt es nicht was gar nicht warum siehst du es ist nichts passiert ich weiß gar nicht was ich habe man mal mann hallo also ganz alleine im palast super echt so lang der gang hier nervensegen möget ihr alle verrecken das qualvoll hallo warum das gerade so lange häng dich bitte nicht auf spiel ich bin drauf gesprungen nein so viele Machen wir mal ganz easy-peasy hier, ne? Nichts mit easy-peasy hier, ne? Kacke. Ja, komm, Pria, du bist so nicht zu gebrauchen. Ich will ihn mit Feuer nicht heilen. Ach, komm, weißt du, was hier? Sonst würde ich das alle in einem Zug down. Nein, ich hätte mit dem Multisprung sparen können. Scheiße. Hallo, mach doch schneller das Spiel. Ja. Na ja, geht doch. Ach ja, dadadadada. Nein, das braucht man auch nicht. Was wir brauchen, ist eine Speicheraktion. Oh, einmal kurz strecken. So, und dann wollen wir mal weitergehen. Was seid ihr denn für erbärmliche Gestalten? Es ist schon lange her, dass sich jemand hier erfreiert hat. Wer seid ihr, dass ihr mit schmutzigen Füßen diesen heiligen Ort entweiht? Ist das nicht diese Logart, die wir neulich erst besiegt haben? Was macht die denn hier? Was sagt ihr da? Ihr habt meiner süßen kleinen Schwester etwas angetan? Und ich habe mich schon gewundert, dass sie mir nicht mehr geschrieben hat. Hört mir gut zu. Mein Name ist Lobart. Und als erstes werde ich jetzt meine kleine Schwester rächen. Danach werde ich euch Stück für Stück verspeisen. Ja! 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 Frische Beute. Wie lange ich darauf gewartet habe. Ich werde mir viel Zeit mit euch lassen. Ich werde es genießen. Oh, ich liebe diese Musik. Endlich, endlich ist er da. Darauf warte ich schon. Und seit wir Logart platt gemacht haben. Ah, ja, Mann! Der Bro ist da von der Sis. Was ist geil? Lobart. Kugadrache. Was ist Lobart? Ganz offensichtlich Lobarts großer Bruder. Oh, die beiden sehen sich aber auch wirklich zu verwechseln ähnlich. Abgesehen davon, dass sie total verschiedene Farben haben. Aber egal. 80, 8, 2. Lobart nutzt Stampf- und Beißattacken. Und er hat einen giftigen Atem. Sehen wir seiner KP verwendet er noch ein paar andere fiese Tricks. Vor allem seinem Hypersturm könnte dir echt Probleme bereiten. Und er kann sich aufladen. Aber da kann dir Barbara mit ihrem Besuch ruhig sicher helfen. Und es ist echt nett von mir, dass ich die ganzen Taktiken hier einfach so verrate. Oh nein, Hilfe ist der... Äh, vergiftet. Was? Neun Runden? Alter! Ja, Badom. Nein! Na? Alter, was haben wir nichts von dem Vieges? Ja, komm hier. Wir stampfen ihn Grund und Boden. Mist. Zu viel gedrückt. Ich bin explosiv! Und cool, Blümmern, Alter. Aua! Das geht jetzt aber schnell. Wie soll man denn da reagieren? Grund! Ich werde dich erlegen wie deine Schwester. Das hat sich gefallen. Sag nicht sowas. Das würde dir wohl so passen. Aua! Scheiß Gift! Wir haben das Drachen! Ah, ich liebe Drachen, aber die sind so cool! Und besonders die, die sind Hammer! Das gefällt mir gar nicht! Ich möchte nicht meinen, ähm, Dingen, zwei Lebenspilz gleich verschwenden müssen, also werden wir mal kurz das futtern! Ja, der Pilzkuchen muss erst mal reichen. Ich habe euch geschätzt, aber denkt nicht jede deiner Chance. Ich habe noch etwas ganz Besonderes für euch. Jetzt geht das los! Barbara! Hilfe! Ich hau ihn noch einmal und dann bist du dran. Ich habe es schon wieder zuvor gedrückt. Ähm, besuch uns doch! Gut! Mach's gut! Super! Und? Merkt ihr jetzt ab, was ihr euch eingelassen habt? Ähm, nein! Ich habe gar nichts gemerkt! Au! Da ist es! Arschloch! Verpiss dich! Ähm, meh, 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 meh... Ich kann mir jetzt... Ähm, genau das war's! Ähm, füllt KB und BP auf, Heilt, Vergiftung und... Ah! So, okay. Nein! 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 Niss, verdammt! Es sieht scheiße aus, er kriegt zu wenig. Nein! Kacke! Können wir den vielleicht in Brand stecken? Wäre cool! Tatsächlich! Jetzt weiß ich, ob die Status verloren sind. Ich bin cool! Das hat auf Barbara keine Wirkung! Wie geil ist das denn? Füllt, ja, okay. Ach ja, Steffi, da gibt's einfach nur die Großen noch dazu. Ich hätte ja nur das machen brauchen. Boah, komm! Ich brauche Mario-Köpfe! Das ist ein Witz, ey! Leck mich fett! Krieg ich da nochmal einen aufs Maul? Ich will kein Item verschwenden müssen, weil ich so cool bin. Oh, bitte! Ach, Mann! Verdammt! Jetzt aber! Yes! Hehehe! Auf die Stinkmörche klaue! Komm! Komm, bitte! Das muss einfach klappen. Ach, Mann, Alter! Fick dich! Ich will das nicht machen! Ach, ich mach's jetzt einfach, bevor der Lebenspuls gleich flöten geht. Guten Appetit! Verdammte Scheiße! Mann! Siehst du, jetzt wär ich gestorben! Was? Was war das denn jetzt? Du Idiot! Blobat, es war schön mit dir. Aber es hat jetzt ein Ende. Barbara! Beende es, bitte! W-was? Ich bin... Tja! Wir haben Holowat besiegt! Logatz Burau haben bepellert gemacht! Alter, wie der Controller wieder vibriert! Die letzten Zuckungen! Na nu? Ahaha, der Sternschlüssel! Und jetzt werde ich etwas machen, was ich in meinem allerersten Spielstand nicht gemacht habe, wofür ich mich immer noch ohrfeigen könnte nach all den Jahren. Ich bin hier nämlich nie reingegangen. Und dafür könnte ich mich immer noch so ohrfeigen. Das ist echt grausam. Wobei nicht noch was? Nö, tatsächlich. Aber egal, ich könnte mich so aufheigen, dass ich die beiden Sachen nicht einkassiert habe. Es ist... Boah, es riecht mich immer noch auf. Ich weiß, sie sind da und ich... Ich komme einfach nicht mehr hier hin. Das ist das Doofe. Man kommt in diesen Raum nicht mehr ein zweites Mal rein. Mach's gut, Leiche von Lobat! Ja! Endlich haben wir den Kampf mit Lobat bestritten! Oh, wie ich mich auf diesen Kampf gefreut habe! Boah, geil! So! Meine kleinen Macaronis! Ich hoffe mal, dass uns jetzt hier niemand erwartet. Das wäre nämlich ziemlich fies. In dem Fall, dass man richtig gedamaged nach dem Kampf ist und man zurück will und dann von anderen getötet wird. Das wäre scheiße. Aber das Spiel ist, glaube ich, nicht so gemein und fisset uns. Also... Siehste? Ich bin gut. Das Spiel ist nett zu uns.